Was ich eben sehe, wo E-Learning hilft, ist, dass ich das, was früher frontal war, dass ich das auslagere ins Internet. Wenn es darum geht, etwas tausendmal zu erklären und wieder zurückzuspulen und nochmal zu erklären, das kann der Computer wunderbar, der ist ja perfekt. Dafür sind Videos super, das können wir ins Internet auslagern und damit das, was früher frontal stattgefunden hat, so diese sprichwörtliche Universitätsvorlesung mit tausend Leuten im viel zu knappen Hörsaal, dass wir die einfach sein lassen und stattdessen was Vernünftiges machen und tatsächlich zusammenarbeiten, dass Professoren, Lehrende allgemein und die Studenten und Studentinnen zusammenarbeiten, dass wir gemeinsam denken, Aufgaben angehen, Probleme lösen. Dafür finde ich E-Learning sehr richtig. Vorlesungen zu filmen, das ist ja erstmal was ganz natürlich erscheint und dann könnte man andererseits auch sagen, das ist das, was Henry Ford mit Faster Houses bezeichnet hat. Man baut kein Auto, sondern man versucht, dem toten Pferd noch die Sporen zu geben. Ist das sinnvoll, Vorlesungen zu filmen? Sollte man sich nicht ganz andere Formate ausdenken? Das ist natürlich im Hochschulbetrieb total schwierig. Alle sind eingefahren auf Vorlesung, Seminar, Praktikum, Übung. Man weiß genau, wie das funktioniert. Das funktioniert seit Hunderten von Jahren so. Warum sollen wir das jetzt ändern? Das kostet Überwindung, da jetzt zu sagen, okay, mit den digitalen Medien, mit dem Internet könnte das alles deutlich anders werden. Können wir mal vielleicht einfach Vorlesungen sein lassen und sagen, wir brechen alles in zwei Minuten ein Stückchen auf und zwischendurch kommen Fragen und Aufgaben und das gibt es alles im Internet. Und damit den Schritt zu gehen und nicht das besagte Faster Horse dann zu bauen, das wird in Deutschland bei den staatlichen Hochschulen schwierig sein, glaube ich. Ein Geschäftsmodell ist zum Beispiel Nachhilfeportale, kommerzielle Nachhilfeportale, wo man dann dafür zahlt, als Eltern im Zweifelsfall, als Eltern dafür zahlt, dass die Kinder Videos angucken können, in denen ziemlich rezeptmäßig vorgebetet wird, wie jetzt bestimmte Typen an Aufgaben zu lösen sind. Also das ist hundertprozentig das Gegenteil von meinem Verständnis von Mathematik. Ein Rezept statt zu verstehen, finde ich sehr kritisch, diesen Ansatz. Dann gibt es die Universitäten in Deutschland und vor allen Dingen auch in den USA, die Vorlesungen wirklich als 90-Minuten-Blöcke ohne Sinn und Verstand einfach ins Internet stellen, auf YouTube oder sonst wie, wer will sich 90 Minuten am Stück angucken, ohne weiteren Materialien ist das alles ziemlich sinnlos. Vor allen Dingen, wenn man dann Fragen stellt zu diesen Vorlesungen, Kommentare stellt, dann wird die sowieso nicht beantwortet von den Dozenten. Es gibt keine Kommunikation in die andere Richtung. Das ist einfach nur Broadcast, wenn man will. Finde ich auch sehr fragwürdig. Wirklich überzeugende Lösungen sind derzeit eher selten. Was ich spannend finde, ist ein Format, in dem man kurze Videos mischt mit Verständnisfragen und Nachdenkfragen. Das sehen wir zum Beispiel bei Udacity. Dass dann zwei Minuten Erklärung kommt und dann kommt eine Aufgabe, die beantwortet werden muss, gelöst werden muss. Das ist oft noch Multiple Choice, aber was soll man machen am Rechner? Manchmal muss auch programmiert werden, was ich deutlich besser finde. Um was programmieren zu können, muss man es verstanden haben. Und dann gibt es wieder zwei Minuten ein bisschen was, einen Vortrag und wieder eine Aufgabe dazu. In dem Format kann ich es mir allmählich vorstellen. Das hat vor zehn Jahren, und in Dreh, ich erinnere mich nicht ganz genau, vor zehn Jahren in den USA jemand angefangen unter dem Namen Inverted Classroom Model. Das umgekehrte Klassenzimmer. Flipped Classroom heißt das auch gerne. Seitdem probieren Leute in aller Welt genau das aus. Man lässt die Studentinnen und Studenten oder Schülerinnen und Schüler Videos gucken, wo sie früher mal Lehrbücher hätten lesen sollen. Zumindest in den USA hat es ja so funktioniert. Bis nächste Woche lest Seite so und so viel bis Seite so und so viel. Das hat es in Deutschland ja nie so richtig gegeben, zumindest nicht in den Ingenieurwissenschaften. Die kommen vorbereitet in die Anführungszeichen Vorlesung, die man vielleicht nicht mehr Vorlesung nennen sollte, sondern Plenum ist ein Vorschlag des Kollegen Spannnagel. Und da wird dann diskutiert und werden Aufgaben gelöst. Man kann durch die Reihen gehen, über die Schultern gucken, sehen, was geht, sehen, was nicht geht, noch was dazu sagen, vielleicht einen kleinen frontalen Anteil noch bringen, um Erklärungen zu geben, Aufgaben zu stellen. Aber das Ganze wird deutlich interaktiver. Und man beschäftigt sich als Lehrender, als Lehrende tatsächlich mit den einzelnen Studentinnen und Studenten, statt mit einer ominösen Masse zu reden. Wenn ich 90 Minuten so interaktiv gearbeitet habe mit meinen Studentinnen und Studenten, dann bin ich echt fertig für den Tag. Eine Vorlesung, die kann ich runterreißen und mache nach 90 Minuten, was mir Spaß macht. Aber nach 90 Minuten Inverted Classroom bin ich erst mal fertig mit den Nerven. Man sieht ja beim Sebastian Thrun, was der als AI-Kurs, Artificial Intelligence, veranstaltet hat und dann eben zigtausende Leute damit angesprochen hat. Da geht offensichtlich so einiges. Aber da muss man natürlich sagen, das ist englischsprachig. Wenn man alle Leute zusammenzählt, die in den USA, in Indien, Australien, sonst wo auf der Welt Englisch sprechen und sich dann anguckt, welcher Prozentsatz nur nötig ist von denen, um diese Zahlen zustande zu kriegen, dann ist das gar keine Frage, dass das so viele Leute werden. Erst recht, wenn dann jemand kommt und sagt, ich bin derjenige, der bei Google das selbstfahrende Auto gebaut hat. Natürlich gucken sich Zehntausende diesen Kurs an. Derzeit stellt sich keine Machtfrage, weil natürlich die üblichen Hochschulen akkreditiert sind, deren Titel gelten. Irgendein Titel, den ich im Internet bekommen habe, ein Zettel, auf den jemand unterschrieben hat aus USA oder sonst wer, das gilt ja eben in Deutschland nichts. Wenn jetzt Firmen hingehen, große Firmen insbesondere, hingehen würden und sagen, oh, wir akzeptieren da diesen Zettel aus den USA, gleichwertig zu dem deutschen Bachelor oder dem deutschen Master, dann würde es spannend werden. Das Problem ist überhaupt erst mal auf den Gedanken zu kommen, dass da sowas ist wie Bildung, dass da draußen irgendetwas sein könnte, das interessant für mich ist, dass da eine Chance ist, die ich nutzen müsste, könnte, dass ich mich selbst dahin bewege, ohne von jemandem dahin gebracht worden zu sein, dass ich was selber tue. Aber das ist das größte Problem, selber tun, sich selbst zu motivieren, eigenständig zu arbeiten, eigenständig zu denken. Das zu erreichen, das ist die große Aufgabe. Das ist das größte Problem, selber tun, 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 selber